Ich hab die Schütze... Ich hab die Schütze... Ich hab... Noch ein Auto. Laba. Ich hör was. Überfällt oder so. Ja das ist noch an hier. Das ist noch an das Auto hier. Achso lol. Fuh fuh. Alter geil. Macht bloß kein Panik umsonst. Das war's. Ich hab die Schütze... Ich hab die Schütze... Ich hab die Schütze... Ich kann die Schütze. Aber von aller Faisen! Rau! Ich glaube, dass ich mich ein Cheerleader gefunden habe. Ich glaube, das ist die Humanität. Ich bin so ein Zeichen. Oh Gott! Ich bin so ein Zeichen. 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 Und ich weiß nicht, ob ihr das schon gesagt habt. Ich glaube, ich habe das als Spaß mit den Dings geschrieben, dass Son Pero wieder spielen soll hier auf unserem Zimmer. Alle tot. Ich habe das Bild gecheckt. B Serien. demands ich etwas finden? ja das schaffst du da ist das einsteigen noch nicht verrechseln stell dich davor nein ich bin ich kann ich kann nur die europäische E-Mail Nein! Lock ihn! Lock ihn mit deinem Körper ab! Jetzt steig ein, Björn! Ja, easy mechanics! Engine ist voll im Arsch, Engine ist voll im Arsch! Nein, nein, Engine ist ganz groß! Wir haben jetzt gerade den Berg runter! Tschüss, Björn! Ich hab was überlebt, du! Kann ich jetzt ejecten? Oh Gott! Hanselbar kommt! Ja, Red Bullets ist voll, Red Bullets! Das hat sie so verdient, ne? Und jetzt kriegst du ein dickes G-17-Duell in Beilauf! Unser Auto steht da noch, glaub ich, ne? Da fährt ein Auto! Unter uns, genau an der Kreuzung! Jo, 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 warte, warte, warte! Wir haben uns gesehen, ne? Wo fährt's hin? Unter uns! Warte, warte, beobachte die erst, beobachte die erst! Wo die jetzt hinfahren! Warum seh ich die denn? Nach links! Die fahren zum Schleimbuch, genau unter uns! Die halten gerade an unserem Auto an! Stehen da noch, glaub ich! Am Auto, direkt! Seht ihr die noch, Richie? Ja, das Auto steht noch! Bubbles, spring mal ab, Bubbles, spring mal ab! Ja, ich spring jetzt ab! Ja, ich hab nur Richie! Nee, nee, nee! Boom! Das ist perfekt getroffen! Nichts passiert! Keiner down! Doch! Hellboy und Oliver sind gestorben, zwei Leute bei mir! Ja! 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 Ordäh! Mümmmmm! Ja! Es geht halt! Oka? En Vier섯! Es geht zurück! Das macht mich! Wo steht der Giro? Oben, auf dem Beilaufblatt. Komplett ready? Nein, komplett im Arsch. Lol, der Diktator gehört aus der CTR-Base. Hammer, das sind drei Leute, ey. Ich hab wohl nur die End. Hallo, drei Schuss, man. Nicht mal zwei. Tür ist auf. Easy. Das ist aber noch ein zweiter, da ist noch ein Auto. Ja, kannst du reinrennen? Ja, bin reingerannt. Na, ich komm jetzt einfach. Scheiße, die Sachen die im Auto sind, das ist nichts wert. Ah, hier liegt hier eine Grubstoffe, den Liddy. Was unter, der Fortausgleich. Ey, Junge, das ist so schwer, ey. Hatte ich jetzt. Jetzt hat er mal keiner bekommen. Versuch seine Wechsel. Jetzt hat er dauer, jetzt hat er die Brote. Echt, ich bin verpackt, wirklich. Der war doch vorhin schon mal einschlecken. Ja, scheiße, von Vergessenheit. Ja, aber der stößt, wenn ich jetzt losmache. Oh mein Gott, ich hoffe, das klappt. Geht raus. Bist du drin? Geht nicht, geht nicht. Nein, Fortausgleich. Geht rein. Geht nicht, kann ich nicht anvisieren. Nein. Nein. Nur wegen, nur wegen Garbeit. Ich habe gerade die PKM-Mex-Gust. Oh, nein, keine Zeit mehr. Mann, Richard. Junge, ich habe dir gesagt, das kann ich nicht. Gott, ich hätte behindert. Ich hätte aber auf die Scheißen sollen, ey. 20 PKM-Mex-Gust. Ich könnte das jetzt passieren. Ja, weil ich halt verpackt gewesen bin. Da waren nur noch 15 drin, falls es einmal beruhigt. Ja, dann schon. Noch mehr von uns findet ihr hier. Und wenn ihr jetzt gar nicht mehr ohne uns könnt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Wir freuen uns. Sure, yeah. Ich bin ja nicht. Ja, bien smokew indig bin. Tschüss. llie I. Ja.